Ich dachte, ihr nehmt alle auf. EXTERIORNAFERUSPACKER! Und damit guten Tag und ich wollte auch sagen, dass ich aufnehme, aber... Hallo und herzlich willkommen mit zuletzt in meinem Spielmodus Rage Mode und... Ich will jetzt wieder scheiße mit Leuten und wir nehmt alle auf und... Ja, die sind mal schön leise, weil keiner will hier durcheinander labern. Ja, stellt euch mal ein bisschen vor. Ja, hallo, ich bin das Geil Mandi und ich nehm auch aufnimmt. Fusion! Weil gleich läuft, äh, hier Dings, in Lastman's Denning, so. In Lastman's Denning, so. Deswegen kommt heute auch keine Aufnahme hoch. Obwohl ich täglich Videos kommt, aber der nur hat sich geschafft, mich mit Schneebar zu treffen. Was sind Arschluss. Na egal, los geht. ExterIORNAFERUSPACKER! Und ich dachte, ihr nehmt alle auf. EXTERIORNAFERUSPACKER! Ich dachte, ihr nehmt alle auf. EXTERIORNAFERUSPACKER! 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 Alter, die Runde war vollend besser. EXTERIORNAFERUSPACKER! 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 das ist auch wenn ich in dem ich jetzt jemand treffe ich habe nämlich die mehr und ich sehe alle spieler auf dem app anscheinend nicht feiert du bist der beste ich bin voll schlecht schon wieder weil ich mich nicht du arsch ich hab nicht gedemütigt eigentlich ich würde mich selbst ich wurde schon dreimal gedemütigt trotzdem bin ich vielleicht der erste und jetzt wirst du schon wieder gedemütigt nein 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 oh es geht los nein alter das ist doch ein verfickter bastard alter feier das freust du auch ne das spiel muss ich scheiße sonst kriegst du was auf die schnauze ach so mit dabei ist geil man die LP den anderen weiß ich nicht und feiert stimmst Epic nimmt es auch auf ja aber aber du sagst ja fast gar nichts das ding voll süß wenn du das sagst ich finde es süß mit dir skype ich öfters so du geimer genfer recht ich liebe süße stimmen ja genau von hinten das hast du wohl gesagt das hattest du dir auch wohl gedacht ne man redet so nett und einmal so höflich und dann kommt man von hinten ja wie beim sex kann man auch schnell mal zuerst mal ganz nett und dann kommt so ein gift wurm und vergiftet sich von hinten ach ja ja schlägern und danach ja bevor es zu pervers wird mit einem Penis in die Hand und spielt Rage Mode und ich habe mich selbst umgebrochen james mussten sterben ich wollte ihn gerade ehemaligen alter ich sterb ja nur noch auch leid feiert ja du tust mir auch leid aber feier du bist immerhin erster also ja genau was weißt du einfach aus du Regenbogenkasten ich sehe mich nicht ich muss mehr auf die Map achten wow Duck Aim Null Duck Aim okay Nein von wo von hinten Scheiß James Scheiß James ja sehe ich genauso immer von hinten fuck you du Huren so ich hab mich gefickt oh wie schön ich werde ständig gedemütigt das macht keinen Spaß jetzt weißt du wie sich das anfühlt ne genauso fühlt sich das an ja was willst du eigentlich ich gebe dir gleich was willst du da kommt dir wieder ich hab mir selbst nein 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 hab ich dich noch erwischt nein das kriegs was auf Schnauze feier du kriegst jetzt was ja ich bin gespannt ich leckere Feiertjub oh er ist hinter dir stopp wie kann er mich treffen diese Hurensohn ich hab mir auch grad gedacht oh mein Gott hau 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 neiii das ist das scheiße du kleine Missengeburt ich hab vor zu gewinnen und nicht zu verlieren Alter wenn der jetzt noch nen Kill macht dann ist der vor mir ist der's klar lass uns einer unserer Gilde erster werden hau da wurde nur von zwei Schneeballe so ab von hinten oder was wieder mal Schneeball nein Alter Feiertjub warum sagst du Feiertjub du bist gleich mit mir in der Nähe nicht ich seh mich aber auf der Map guck mal meine Punkte an ich hab eindeutig gewonnen hier seht ihr es ich hab eindeutig gewonnen ja ich würd sagen das war's oder ja also für die Folge war's das genau Alter wenn ihr mal wieder einmal wartet mit Schneeball anzukommen also jeder meint wenn ihr mit Schneeball wirft achtet darauf dass sein Name nicht mit Feier anfängt okay ihr dürft alle abwerfen ihr dürft Gomma abwerfen aber nur mich nicht ihr dürft ihr liebst nächste Lommaster mit einer Datenscheibe er möchte es sogar er liebte Schneeball den Arsch geschoben zu bekommen wie so Tampon ja ich liebe euch auch richtig ich liebe euch alle oh ja schlägt hallo wie kann man so heißen weg ist ja tschüss jetzt hat hau hau ja top ich